Rot und Grün gehen in die Stichwahl um den Chef- oder vielleicht Chefinnen-Sessel im Rathaus in Marburg. Amtsinhaber Thomas Spies bekommt 34 Prozent, deutlich weniger als vor sechs Jahren. Aber er ist für den ersten Wahlgang zufrieden. Ich habe mit einer Drei vorne gerechnet. Das ist der Fall. Es waren neun Kandidaten und es war ein ganz skurriler Wahlkampf. Und es war zusammen mit der Kommunalwahl, wo natürlich die Parteienzuordnung eine viel stärkere Rolle spielt, und insofern, nein, ich finde, das ist das, was ich erwartet habe und ich bin damit sehr zufrieden. Fast 26 Prozent bekommt die grüne Richterin und Kirchenfrau Nadine Bernshausen. Sie ist der Shootingstar der Grünen in Marburg. Ich bin hochzufrieden und wirklich überwältigt. Ich freue mich einfach über das Vertrauen, was mir die Wählerinnen und Wähler geschenkt haben. Was war das entscheidende Thema bei der Wahl? Ich denke schon, dass es die Angst der Bevölkerung vor dem Klimawandel ist, den Auswirkungen, und dass die Leute wirklich das Bedürfnis haben, dass da gehandelt wird. Lange Gesichter bei der CDU. Landtagsabgeordneter und OB-Kandidat Dirk Bamberger scheitert und kommt nicht in die Stichwahl. Auch für das Stadtparlament und für den Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf zeichnen sich bei aller Vorsicht deutliche Gewinne für die Grünen ab.